Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniloLP und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir noch weiter in der Schlacht gekämpft, nur um von diesem Herrscher des Unheils weggefegt zu werden und, ja. Das ist ein Fragezeichen, okay. Der hat uns, glaube ich, von unseren Seraphim getrennt. Das ist nicht gut. Und jetzt haben wir hier diese Assassinen, die uns hier und da mal begegnet ist, auf unserem Rücken. Welche, wer hätte es gedacht, hier diese Rothaarige von der Händler, von dieser Händlergruppe ist. Wer hätte es gedacht, komischerweise sind beide Gruppen gleichzeitig uns vorgestellt worden. Und, ja. Habe ich schon irgendwie seit dem ersten Treffen irgendwie gewusst, dass sie diese Assassinen ist. Stimme und, weiß nicht, Körperbau war auch sehr passend, also, ja. Wer hätte es gedacht? Und, ja. Guck mal mal. Ich hoffe, wirklich, sie geht irgendwann runter von unserem Rücken, weil ich laufe hier sehr langsam nicht hier geht. Ich versuchte gerade mal Kreis zu drücken, um zu gucken, ob ich noch langsamer laufen kann, zum Glück nicht. Wo bin ich überhaupt? Ich glaube, ich bin noch in Dingens. Ich gehe mal einfach zum Stern, um zu gucken, ob ich dann direkt... Okay, da kann ich nichts machen. Ob die dann irgendwie runter von mir geht oder irgend so was. So kann er nicht weitergehen. Wollte ich jetzt noch sagen? Ja, was wollte ich noch sagen, glaube ich. Keine Ahnung. Bitte, geh runter von mir. Hm. Hm. Okay, sie macht auf, Gott sei Dank. Nein, kein bisschen. Sag, wie soll ich mich? Rose, das ist gut. Na, Süley. Warum hast du nicht geholfen? Wenn du dich so vorst, hast du dir helfen. Das ist doch ein Mensch, der Mannschaft gegenwanderung. Was hat mir gemacht? Aber Rose, warum hat mir jemanden geholfen, der Mannschaft gegenwanderung? Ich verstehe nicht. Ich hoffe, dass du dir das sehr gut für dich ausfüllen. Es ist sicher, dass man ein guter Mensch ist. Hm? Srei, ich habe jemanden gesehen. Oh. Hey, ich gehe nach dem Norden. Hier gibt es ein Schädel. Oh, aber... Ich habe mich nicht verletzt. Es ist okay, es ist okay. ich will ja nicht so langsam laufen die ganze zeit ja weil ich sagen wollte sehr trauen seraphim oder doch ok das gibt es mal gucken wann assassin ist ja nicht direkt mörder es kommt halt wirklich darauf an wie man tötet ein unschuldige tötet ist ja klar das ist ein mörder aber jetzt wollten ja diese weise diese typen von dingen zu erleben diese adeligen die hatten es irgendwie verdient Was? Ehm! Emberta! No! Eu não posso. E não. E o que você tem que apoiar com a Lola? O que você tem que apoiar com a Lola? O que você tem que pensar em Lola? Você tem que apoiar essa espalda, mas que a Lola de Lola... E que está na verdade... Parece que não. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr als Kind auswählte, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Was ist das? Wir haben uns ein Gilder, aber ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzen kann. Ist doch sehr beruhigend. Das war's für mich. Das war's für mich. Gleitst du mich jetzt? Nein. Monolith. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Ich werde ja wohl irgendwie noch Zeit haben, das zu erkunden. Hoffe ich. Sonst gibt es was hier von mir. Ich kann sowieso nicht. Die Monolithen erkunden, merke ich gerade, ich kann ja nichts drücken. Ich kann ja nicht mehr X drücken. Ja. Das ist ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Das ist mein Kind? Das ist mein Kind. Warum ich esißt? Das ist ein Kind. Ich kann es sehen, dass ich sie sehen. Was? Was? Sieht doch ein bisschen anders aus. Hä? Haben sich zwei gefunden. Oh ween. Ich liebe ruhig. Da sind schon die Ruinen oder was? Das war der Treffpunkt hier. Ich habe ein Treffpunkt hier. Oh, ich bin疲ert. Heute bin ich schon zu Hause. Ich habe das auch in der Oberfläche. Vielen Dank, Rose. Geh mal woher. Ich weiß nicht, dass ich noch nicht sicher bin. nicht ganz ehrlich den monolith schatzkrankheiten schatzkrankheiten haben nebenwirkungen kp kann ich wieder hergestellt werden dafür betreibungswahrscheinlichkeit für dich zugehörige wertverbesserung wenn die aktiviert wenn man noch andere war ein shop waffenländer der sperrungsfehler wieso ist nicht anders waffen brauche ich erstmal nix ok warum habe ich noch schon lange kein plan da muss ich hin da ist mit speichert haben zu sehen das kleines zimmer mit nix drin wenn man hier so eine basis haben könnte wo man alles herstellen kann nicht hier die wenn du schlafen ist an dem das thema auf der anderen seite ja ja da ist ein bett wenn ich benutze okay ich habe einen schalter aktiviert das hat wir da hinten ja ja warte mal hier ist auch neuer da immer trug ich weiß nicht ich noch mal hier gucken der dreht zu lösen aus einem neuen raum ist und er bleibt unten okay Hey, hier! Ich glaube, da tut sich was. Guck mal mal hier. Guck mal mal hier. Was? Was? Was ist das? Was ist das? Ich bin wirklich gut! Ich bin echt nervös! Was ist das, was ich gemacht habe? Was ist das, was ich gemacht habe? Ich habe nicht gedacht. Wenn ich zwei Sachen zusammenfahre, dann kann ich die Gefahr stärker werden. Was ist das? Was ist das? Der alles aus seiner Hosentasche auspackt, ne? Oder wenn wir 50 Level höher wären. Ja. Ja. Hier ist ein Freund. Hä? Das ist ein Tänzog, aber... So, das kann ich nicht so sagen. Naira, du kannst dich mit einer Frau hören, oder? Ja, das stimmt. Mal sehen. Ich bin nicht verräubt. N-Nani? L-Lose! Lose-San! L-Lose-San! Was so? Geh schreurd! Geh! 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 Teutusutus! Geh! 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 W Assion! Neh! Geh! 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 Was so darts? Ich habe es nicht so gehalten. Was war das? Ich habe es nicht so gehalten. Das ist echt. Was war das? Ich habe es nicht so gehalten. Ich werde es nicht so gehalten. Das war gut. da ich überhaupt wollte er irgendwie mit meinen serafen sprechen aber ging ja nicht der typ schon sagen die kinder serafen ich weiß ja nicht dass er an dieser afl ist oder wobei Ich sage das, was ich? Ich möchte auch sagen, dass ich den Weg mit dem Wettbewerb und den Wettbewerb mit dem Wettbewerb. Was ist das Wettbewerb? Was ist der Kamui? Kamui? Ja... das ist das Wettbewerb. Ich werde das Wettbewerb. Kamui ist das Wettbewerb der Wettbewerb. Was ist das Wettbewerb? 'mot man mit der Wettbewerb. Der Wettbewerb ist das Wettbewerb. Das ist das Wettbewerb. Ich glaube, es ist zu zweitbewerb. Kapitel ist das Wettbewerb. Das war's Wettbewerb. Ich bin nicht in der Walken. Warum ist das Wettbewerb? Ich möchte noch einmal sagen. Moment, dasselie die Wahrheit… Wo ist denn sie? Ich glaube, dass die Möglichkeit ihre Kraft, Kamui? ...und so war es denn für mich? Ich glaube, dass das eine große Fähne ist. Aber es ist nicht so, dass es so, dass es so, dass es so, dass es so. Es ist egal, dass es so, 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 dass es so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.